Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Simon und studiere im dritten Semester Intermedia Design. Ich bin Samuel und studiere im fünften Semester Kommunikationsdesign. Hallo, ich bin Mario und ich studiere im dritten Semester Idee. Hallo, ich bin Ricarda und ich studiere im dritten Semester Idee. Hallo, ich bin Tim aus dem fünften Semester Intermedia Design. Generell ist bei uns bei Idee halt so, dass der Leistungsdruck eher im Hintergrund steht. Den macht man sich generell eher selbst, um sich anzutreiben und weiterzukommen. Aber im Vordergrund steht die Kreativität. Intermedia Design ist für mich kreativ, wild und innovativ. Und ich habe mich jetzt für Trier entschieden, denn hier ist der einzige Studiengang Intermedia Design in ganz Deutschland. Noch dazu ist es das Besondere, dass es echt nur 20 Leute sind pro Semester. Somit gehen auch die Dozenten mehr auf dich ein und man kann sich besser auch weiterentwickeln. Als ich herkam zum Studieren, hatte ich noch keine genaue Ahnung, was ich machen will. Ich war interessiert in aller möglichen kreativen Fachbereiche und das ist das Tolle an Intermedia Design. Hier kriegt man erstmal einen Einblick in aller möglichen Bereiche und kann sich dann im Laufe des Studiums spezialisieren. Ein Riesenvorteil ist, dass ich als Student einer anderen Fachrichtung auch im Intermedia Design interdisziplinäre Projekte mit anderen Studenten durchführen kann. Kreativ, modern und zukunftsweisend.